Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich mache das Intro heute mal hier aus dem Auto, weil draußen ist viel zu kalt, hat minus 3 Grad oder so. Und ich stehe gerade auf dem Parkplatz vom Bikepark Bärfelden, die haben heute nochmal offen. Und heute ist Sonntag, der Sonntag vor Silvester, das heißt es wird das letzte Mal in diesem Jahr Fahrrad fahren. Und genau, ich hocke gerade noch im Auto und warte auf ein paar Kollegen. Und zwar den Sven Bonafede, der Niko, der NS Freerider und Diana und der Alex, die sind heute dabei. Und mit denen mache ich meinen letzten Ride in dem Jahr. Und hier im Bikepark Bärfelden, richtig cool, dass sie nochmal offen haben. Ich habe übrigens eine neue Kamera, falls ihr das am Bild seht. Dazu aber mehr auf meinem Kanal demnächst. Und genau, falls euch schon mal interessiert, was für eine seht ihr unten in der Videobeschreibung. Da habe ich schon mal reingeschrieben, genau. Und ihr seht das Video wahrscheinlich schon im neuen Jahr, 2020. Genau, und ich melde mich jetzt hier aber nochmal aus dem alten Jahr, ein letztes Mal. Und genau, ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß mit dem Video. Mal gucken, was der Tag bringt. Die Sonne scheint, es ist aber affenkalt. Aber ich denke, das wird schon gut. Und wir sehen uns gleich auf dem Trail und ich würde sagen, let's go. Auf geht's. Alter, auf die Sparkle. Ah, das kann man dabbeln. Wuhu. Sehr nett. Wow. Wow. Ja, wir fahren Blue Wave zum Einfahren, was alle wegklauen. Ah, das kann man dabbeln, was alle wegklauen, was alle wegklauen. Oh. 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 All right. Oh. Oh. Go, man. I'm there, Alex. Woo! I'm there. Oh. 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 Yo! Ja, die Scheiße. Was? Echt? 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 Oop! Oh, Niko! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott! 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 Alter meine Hände haben zu gemacht so und die Hände